Wie sieht er hübsch aus hier mit der Obsidian-Wand, Obsidian-Wand, nicht Obsidian-Wand. Nein, ja. Destroyer, Destroyer! Hat er mich gleich noch getroffen. Ich habe mir übrigens überlegt, Rückstoß machen wir nach der Höhlentour trotzdem mal wieder drauf. Denn es ist eigentlich hilfreich für alles. Es ist zwar nicht unbedingt nötig, aber es ist sehr erwünschenswert. Ja, ich habe das Problem mit diesem Wort letztes Mal schon. Warte mal, wo haue ich das? Ah, da. Jo, jetzt haben wir eine schöne kleine Einsparung und wir haben das Obsidian gar nicht mitgekriegt. Einen brauchen wir noch, das ist ja schön. Und den machen wir mal hier hin. Oh! Kriegen wir den noch nicht mal. Okay. Okay. Aber den jetzt, oder? Ne, nicht gekriegt. So. So, 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 das war's. Ach, Tommy-Fleisch. So, dann können wir den auch mal eben schnell in unsere Kiste packen. Ich weiß, da sollten wir eigentlich erst alles ausmisten, wenn wir Ding ins voll haben, aber... Warum eigentlich nicht? So haben wir es wenigstens gesaved. Äh... der da. So, ja, komm. Bup. Die switchen wir mal wieder. Dann... Und... Ach, nee, unser Essen. So. Gut. Hier haben wir noch ein bisschen Redstone. Hier können wir nochmal einmal eine Fackel anbauen. Und zack, und zack, und zack, und zack. Und schon wieder ins Deck voll. Das gibt's ja nicht. Das lass ich jetzt mal, bis wir Platz, bis wir Platz brauchen. Denn es geht ja eigentlich gar nicht, dass wir das immer wieder machen müssen. Was willst du denn? Ich bin stärker als du. Zack. Headshot. Tot. So, wo lang jetzt? Ich muss mal sagen, dem Grölen hinterher. Jetzt mal ehrlich, wo lang müssen wir? Ich hab die Orientierung ziemlich verloren. Fackel rechts war's, ne? Ach, hier ist ja ganz schön viel. Komm. Hier ran. Oh, oh. Ah! Zack. Mist. Kommt einfach von oben, erschreckt mich und, äh, läuft erstmal in die Laufbahn vom Creeper. Der auch schon wieder, so ein Kopfloser hier. Der hält ganz schön was aus. So, ich wollte auch noch eben dieses Eisen, wo das, oder, nee, das war hier gar nicht. Hier war das, ne? Alter, was ist denn los? Wie siehst denn du aus? Oder, ach nee, das hat mir schon mitgenommen, das Eisen fehlt uns noch. So, zack. So, zack. Zack, 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 zack. Und? Was ist hier schon wieder so einer? Hey! Hey! Schon wieder hat er einen Creeper. Du willst mich verarschen? Wo kommt denn die alle her? Da oben muss wohl irgendwas Großes sein. Oder was Dunkles. Ach nee, da mach ich lieber den Dingens zu. Zack. Egal. Ähm. Ich hör da schon wieder was. Ich glaub, wir gehen da mal hoch. Wo ist der denn jetzt schon wieder runtergefallen, um mich zu kriegen? Ja, hier durch den Boden. Gemeinheit. Ach, hier hat er bestimmt eine Fackel abgerissen. Ist hier noch irgendwas? So. Hier waren wir auch schon. Hier hab ich keinen Plan mehr, wo wir sind. Ey, das ist doch heißen. Wir können ja mal von hier aus hoch. Ach so. Und. So. Hier waren wir zu faul zum Zubauen. Oder wollten wir den Wasser verlassen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich hör hier schon wieder was. Ein Endermel. So, das Wasser läuft jetzt erstmal ab. Da glitscht ein Schleim durch. Da ist ein Zombie im Michael Jackson Outfit. Oder so. Ja, müsste sein. Wie unfair. Das ist ja jetzt wirklich pietätlos. Bin ich gar nicht nett. Ganz ehrlich. Auch wenn mir Michael Jackson ziemlich egal ist. Weil ich nicht in... Äh, vielleicht weil das nicht meine Generation ist. Nicht ganz. Ganz knapp verpasst. Aber gut. Kohle können wir auch noch wieder mitnehmen. So. Und. Ich glaube wir gehen jetzt mal ein bisschen wahllos hier durch. Such mal nach leeren Gängen. Ach, hier sind wir. Oder? Ne, wir sind woanders. Ich hab doch hier irgendwo... Ach da. So. Ich kann mal kurz zu die Wand gucken. Ähm. Da sind die Fackeln rechts. Ich weiß ja nicht. Mache ich hier jetzt auch eine Rechtsfackel? Um dann zu zeigen. Ja, hier. Guck mal. Fackeln rechts. Also. Ich weiß nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Hab ich rechts oder links gesagt? Ich bin schon durcheinander. Fackeln. Warte mal. Fackeln links war Ausgang. Mann. Ne, das war schlau. Ist hier noch was? Auch nicht mehr so hochfiel. Dann holen wir uns mal eben das Eisen hier raus. Ich hab ja schon wieder ein Zombie. Wo der jetzt ist? Keine Ahnung. Ach, hier unter uns. Oder so. Wo bist denn du? Der ist hier bei mir ganz laut auf dem Ohr, als ob er neben mir steht. Und hier das Licht. Aber ich glaub, das ist nicht unser Licht. Ey. Was bist du denn für einer? Jetzt geht's aber los hier. Das war bestimmt so ein Lakai, dieser Creeper-Gilde. Oder Creeper-Sekte. Wir müssen mal tiefer. Wir finden hier nur Eisen und Kohle. Gerade ein bisschen Redstone. Aber groß Ertrag ist das hier nicht. So. Na komm. Deswegen kriegen wir doch noch raus. Und das lassen wir mal. Und schon wieder... Ach. Fast voll. Okay. Mampfen. Nein, kein Stein-Mampfen. Stein-Schnuck-Dorf. Wie handeln wir das denn hier? Wir machen das mal im Zug. Und bauen das dann hier am Rand. Eine kleine Treppe. Mit... Kennzeichnung. Warte mal. Linksfackeln. Wir müssen hier gerne Linksfackel machen. Also, weil das ja eine Rechtsfackel war. Und hier können wir dann auch wieder Linksfackel... Ach, Rechtsfackeln machen. Hi. Ja, ja, tut mir weh. Boah, das tut mir ganz schön weh. Alter, hab ich zwei Enderperlen dank Plünderung. Wie geil ist das denn? So, jetzt sind wir hier runtergefallen. Machen wir mal ein bisschen zu. Und grabbeln uns die Kohle hier mal ab. Ich war... Ich hab ein bisschen die Orientierung jetzt hier verloren. Also, wir müssen mal schauen. Wenn das hier Dreh- und Angelpunkt ist, dann müssten wir hier wieder eine Fackel rechts... Was ist das denn? Oh, so ein fettes Gewölbe aus... äh, mit Fackeln links und rechts auszuleuchten, ist doof. Wir müssten uns theoretisch noch ein paar... Ein paar Kürbisse bauen. Ähm, mitnehmen das nächste Mal. Um irgendwas Mittleres zu markieren. Oh, Level 10. Da ist ja ein Bogenschützel. Trifft ihn noch nicht mal. Ich treff ihn auch nicht. Ach, One-Hit. Da oben, unten, will ich jetzt eben runter. Die Experiment-Zone ist mir eigentlich auch egal. Ach, man kann unten dank Infinity jetzt seine eigenen Pfeile auch nicht mehr einsammeln. Wäre ja irgendwie doof, wenn man die ganze Zeit durch Infinity die Pfeile schießt. Und dann hier, äh, unendlich Pfeile... Dingens machen kann. Schlau, Minecraft. Sehr schlau. So. Hier können wir wieder getrost Fackeln rechts setzen. Wobei, ich langsam durcheinander komme hier. Ach, hier ist noch undunkel. Undunkel. Undunkel ist es nicht. Es ist dunkel. Schon wieder so einer. Ja, ja, treff mich noch. Wieso kann ich ihn one-hitten, wenn ich ihn mit dem... Oder... Kann er nicht hinterfragen und verlassen. Sehr dramatisch hier. Ich weiß gar nicht, was die haben. Gehen wir erst mal hier lang. Uh. Dieser Kom... Ja, ruhig. Dieser Komplex sieht gut aus. Und hier waren wir auch schon. Linksfackeln? Hä? Hau mich durcheinander. Ja, 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 ja. Hau mich nicht kaputt hier. Linksfackeln, hier kommen wir... Hier können wir raus. Sind wir von der anderen Seite gekommen und bauen rechtsfackeln. Ich komme hier ganz durcheinander, wirklich. So, jetzt haben wir kein... Jetzt haben wir wirklich keinen Platz mehr. Pfeile im Ohr. Toll. Äh. Nein, das wollte ich doch gar nicht. So, zwei Stacks Kohle. Ein Stack Redstone. Die Ender-Perlen immer schön safen. Wir haben doch gerade so viel Eisen gesammelt, das war doch kein Stack. Jesus Maria. Hm. Na ja. So, Wasser und... Stone. Das können wir nochmal auf eins packen. Können wir mal eher drücken, macht ja nix. Ähm... Okay. Cool einsammeln. Da bist du. Ah ja. Oh, der Droppenbogen. Was ist das? Ist auch cool. Und die Lappi. Pam. Wie mal 16 Lappi aus einem. Bringt's auch voll. Also hier. Ja, ruhig. Wieso wollen wir denn da oben noch nicht? Ich geh gleich wieder zurück. Fünf. So. Ja, 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 ja. Ist ja heute schlimm mit den Monstern. So. Nein, nicht auf E. Ich wollt auf W. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.